Sooo und wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Killing Squad 2 Mit dabei ist der Zonk und ja Wir sind nur stopiert, leider weil einer abgehauen ist Wir sind nur stopiert, leider weil einer abgehauen ist Wir werden uns fertig machen und ich hab nix Hallo, los geht's Buschi, Buschi, Buschi Ich treff nix, aber wurscht Ich treff nix, aber wurscht Boom Ich treff nix, aber wurscht Oh, okay Ich finde die Haken BQ Ich denke füte über die Haken in Oktober Feuerteufel? Mhm. Was, wie spielst du gern mit dem Feuer? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mir Granaten zulegen. Meiner ist der Felssanitäter, der ist auch schon auf Maxstufe. 25. Ich weiß, was ich denke, es ist nichts, was ich speichern oder was ich machen muss. Ich bin ein Waffenkopf, aber ich habe Doppel. Schick, packt eure Sachen zusammen. Weiß ich mir wohl gar nicht alle Sammler-Winger sind. Wir wussten sich das noch auswendig, wo ich das immer jeden Tag gespielt habe. Naja. Dann sammeln, ja. Ich muss mich noch erinnern. Wie? Hm? Haha, meinte. Sorge für die Sicherheit des Gebietes. Ja, das war das auch. Sorry, das war nicht mit Absicht. Ich fühle mich ganz gut, danke. Wir haben ihnen Schiffen zugesetzt, aber es sind noch einige. Oh, bei mir sind voll viele hier. Oder? Das Gebiet ist nicht mehr gesichert. Ich weiß nicht, wo das Gebiet ist. Wo sind wir das Gebiet? Hallo? Wo sind wir das Gebiet, wo wir scheitern müssen? Klatsch. Klatsch. Ah, ist gescheitert. Klatsch. Noch 6. Auch noch einer. Hier, meine Wachelflair. Das war der letzte. Geht zur angezeigten Kasse. Für mehr Ausrüstung. Yo! Kev! Moin, ich bin gerade. Moin, ich bin gerade noch im Zusammenhang. Du weißt, was du nicht gleich zu tun hast. Ja, ich habe nur ein Problem. Du hast das Geld verdient. Jetzt geht es aus. Du hast ein Problem? Ja, ich wollte eigentlich heute direkt nach der Arbeit, wollte ich Klingflot zwei runterladen. Ach so. Aber ich habe einfach nur ins Bett gekippt und habe bis jetzt geschlafen. Ja, das dauert noch ein bisschen die Länge, das dauert so eine, ein, zwei Stunden zu installieren. Genau das Problem. Hey, cool. Stimmt schon. Dann kommt es halt beim nächsten Mal. Naja. Müssen wir jetzt schon machen. Warte, wo bist du? Schützt das Gebiet. Ach. Ich bin gerade, ey. Es ist verdammt scheiße, arm zu sein. Danke. Wie viele Gigabyte hatten wir denn? 25. Ah, die Blume ist ein Refreshes. Wir sind 20 Jahre alt. Ja! 17, 20! Eine Sekunde, ich muss nachladen. I'm taking you down! 25. 25. Warte, 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 warte und warte mit Updates gern. Kein schlechter Anfang, das war aber... Uh, seitdem zwei Stunden noch online, ich glaube nicht, oder? Stimmt, aber, vielleicht spielen wir nicht so lange. Ich weiß nicht. Wie haben die ganze Zeit gespielt? Ich hab da fast... Start auf. also ich habe ganz schön für die geräte gegner hier toll hast mich hat man handbefüllte kuh echt jetzt also hallo ja das geile ist ich habe kellingflos schon mal gespielt ich habe ein karakter ganz auf max habe ich auch und dann feldsanität habe ich im schnitt ist einfach ich hab das hier schon auf parten gespielt das killing floor ich habe auch übertrieben lange dafür gelabelt also ich bin dann raus ich lebe dieses spiel runter schau dir wahrscheinlich wahrscheinlich Netflix da schaust du denn? also ich weiß es nicht es freut mich dass ihr es geschafft habt seht zur kapsel und rüstet euch los ja gut viel spaß jo du hast den löwenanteil er selbst erledigt sehr gut oh nein das sind keine 25 mb öffne das handelsmenü und verbessere deine ausrüstung eine sekunde ich muss nachladen doch egal letzte chance leute feinde geortet muss ich halt wieder selber einkaufen was sollen sie bloß kommen denn? ja ja ne ja hm ne hmm ne 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 Das war's für heute. wo bitte dich Waffe leer. Das war die gute Waffe. Erdbeben? Keine Kohle, Mann. Das ist jetzt auf jeden Fall mal... Ist das besser? Mann, mir ist das Geld ausgegangen. Kann mir jemand helfen? Ich brauche mehr Geld. Hast du deine Munition überprüft? Ach, ja, das dachte ich mir. Kann man es dicht, muss ich gegenseitig fallen, hier oder hier? Sorgt für die Sicherheit des Gebietes. Du kannst eine auf Dreieck... War das Steuerung nach oben und dann kannst du den selber mit der Spritze heilen. R2. Ja, ja, ich... Da gibt es ein Gebiet, was wir verteidigen müssen, gell? Ja. Wir gehen jetzt zu hoch und verteidigen das. Ja. Da gibt es Kohle. Das haben die neu gemacht. Ja, ja, ja. Aber damals noch nicht. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Aber warum müsste wieder im Arsch der Welt sein? Die sind abgezogen, die sind vorbei. Ja, sicher, weil keiner dran ist. Bitte? So, jetzt sind wir im Gebiet Gründer, so. Das war damals noch nicht so. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss übrigens als Team zusammenarbeiten. Ich werde es probieren. Nicht glymisch. Das war's für heute. 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 Ja. 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 Ich sehe schrecklich aus. Ja. 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 Glied in unserem Drop Oh scheiße, oh ja super Na, wie ist bei dir derzeit das Wetter? Schön bis jetzt Und eher nicht Ich hoffe bloß nicht, dass es noch mehr runter geht Ich hab Freunde mitgebracht Ich hab Freunde mitgebracht Hä, müssen die Freunde hin? Ich muss nachladen Mach das Beste aus deinem letzten Kauf Hä? Ich hab gesagt, ich hab Freunde mitgebracht Die sind ja schon alle weg Deine Team Kollegen könnten eine Heilung brauchen Mhm Hallo Du brauchst Munition Nur so als Tipp Hallo, du brauchst Munition Ja, das ist mir schon klar Ich brauch hier Hilfe Wenn niemand dein Team heilt Werden sie euch in Stücke reißen Hm Du hast das Geld verdient Jetzt gib es aus Sehr gut Dir geht die Munition aus Kauf mehr Ja, das wird schon reichen Bleib stehen Sie kann uns immer noch ausreiten und uns Wie ist es jetzt? Schön, dass du wieder zurück bist Blute nicht alles voll Du gehst Du hast mich geheilt Die Zeit ist fast um Wied Wir legen dich wieder zusammen Ich kann es kaum erwarten loszulegen Ich kann die Kampsel erst geschlossen Gebt euer Bestes Uuuuh Ich bin wieder da Hallo, ich kann mit Feuer spielen Ich kann einfach neue Tricks gelern Wolltig Ich darf mit Feuer spielen, ist doch sch... Oh ja Ich kann ja Ich kann ja Ich kann man hinten Ah, haben wir es nicht geschafft, schade. Ich sehe nicht, wie der Hänger da sieht. Das klickt er sich auch. Da oben ist er. Legt euch doch mit jemandem an. So fein. Werde ich über den Hut? Nachsetzt aus dem Weg! Seht ihr was, was wir nicht sehen? Dann bleibt tot. Kommt raus! Kommt raus und macht euch! Scheiße, ich kenne. Wurde wieder ab. So kann es nicht enden. Ich habe ihn nicht mehr zu tun. Wurde wieder ab. Jetzt ist er ein schönes Land. Wurde wieder ab. Wurde wieder ab. Was ist das für die Säte? Wurde wieder ab. Wurde wieder ab. Wurde wieder ab. Wurde wieder ab. ich bin wütend es rennt ja und was bin ich? 1, 2, 3, 4 mal stehe ich drin ach klar warum gefängnis ist auch neu oder? bitte gefängnis ist alt echt? albtraum kampus versteckt und energiekern das ist neu ach so alle anderen sind im schall ach so gefängnis ist cool also wohl weil die äh zellen sind hat es auch noch draußen aber auch so ich trinke jetzt noch was oh gefängnis durch die gefängnis oh ja soll ich mal als fai fai spielen? mhm ok mal als fai teufel ich bin bereit ich machs einmal fai teufel einmal schwort guck ach gott und dann sagst du zu meinem Staderektor Super. Ja, konfigurieren. Aha. Ich bin bereit. So. Seid ihr bereit? Weil ich bereit bin. Hahaha. Klappt alles? War alles soweit? Ja, ja. Oh, cool. Wir kommen 6 zu mir her. Bye-bye, bye-bye. Du hast zufällig, weißt du nicht Ding, oder? Ja, hab ich leider nicht. Äh, okay. Hat einer von euch Burnout? Nein. Nee, kann man nicht. Wuuuh. Kann vorgehen. Ja, ist in der Runde gehen. Derzeit ja ein neues Kartespiel. MP Star. Ich muss euch mal umstellen, ich höre euch gar nicht mehr. Ich höre nur Ballerei vom Spiel, ey. Haha. Ich hab mitbekommen, dass es ein neues Spiel geben soll. Detroit. Detroit. Nein, das war eigentlich nicht. Ein neues Bindesstrich alte Spiel, was es damals schon auf dem PC gab. Achso. Was damals die ganzen... Was damals die ganzen... Ja. Wer den ganzen Halt mit den Dette Royale-Spielen damals eingeführt hat. Ah, 1-Z-1, weiß er? Mhm. Habe ich so mitbekommen, dass es... Seit... Das ganze Winter ist. Rüsten wir euch aus. Schon da. Das kann man runterladen als Playstation Plus-Rückblick. Ich meine, ich hab's einfach nur so installiert, ich teste es aus. Ich hab's auch runtergeladen, aber... Ah, verdammt. Ich steh nicht mehr auf diese Ego-Shooter. Ich mag diese Spielart nicht, 100 gegen 1 oder... Ich brauch Kohle. Das ist irgendwie so... Naja. Warte und... Wenn dir Laune... Ähm... Das Einzige, wo ich höchstens Ja sagen würde, ist zu dem Spiel, was rauskommen soll. Aber bloß, weil es die Dark Souls-Mechanik hat. Ah, Mann. Weil... Ein... So gesehen... Ähm... 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 Ein Spiel, das eine Mischung aus... Dark Souls, Fortnite und... Overwatch ist da. Und das hört sich schon interessant an. Ich brenne! Oder noch nicht. Der Typ wird versiegelt. Zurück in den Kampf, Mesami. Hier vor allem für mich wird halt der Hauptfokus darin gehen. Es ist ein Dark Souls-System. Und ich will sehen, wie sie es halt unten hinkriegen. Okay, du beschweißt. Komisch her, ja, 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 ist schon recht. Gut. Jetzt kommt noch mal von der Spiele aus! Oh, schön, oh, schön, lass den hier hin! Und das nicht! Serie Hintritt Folge, 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 Folge! Oh... Oh... Oh, die unten aus dem Spiel, die unten stimmst! Oh... Und da kommt noch ganz ganz viel aus... Und auch nicht. Ah, was macht das jetzt? Oh... æ... Was macht das? Da geht's? Wollt ihr noch was oben abspielen heute machte? Na, heute nicht Heute wird nicht killt Ist aber schön geflogen Es freut mich, dass ihr es geschafft habt Geht zur Kapsel und rüstet euch aus Ich mag den Feuer, Teufel Der ist schön, der macht es schön warm Ja Wortspiel, weißt du, mit Feuer Achtung, ich muss nachladen Ja, kann man das nochmal Und... Ich hab viel Geld, ey Ich hab auch nix Zwei Wafels Ja genau, das holen wir mit einem Sneakstift Ist da? Genau Ach... Ach... schönheit die zeit ist um geht und tötet mehr selbst das machen wir super leute genießt die pause hey ne fress das ist bloß im gefängnis passiert scheißidee 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 das weggt ne scheißidee hallo die sind unsichtbar gut blöööööööö dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ja 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 es gibt es gibt das ist ich habe über den Durchgelaufen die Tür zu gemacht und er kommt ja nicht durch Stuttgart Stuttgart von den letzten oder für den Köln für den Köln für den Köln für den Köln Scheiße. Chewbacke gilt! So, ich kann jetzt nichts besser was kaufen. Durch 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 durch. Durch. Was? Kann mir jemand etwas Geld sein? Schützt das Gebiet! Gebiet beschützen! Auf geht's, auf geht's! Aber runter. Ich komm nicht runter. Ja geil, noch ein größeres gibt's nicht, oder? Boah! Schützig! Boah! Ja! Wo bin ich? Wir haben ihnen schon zugesetzt. Aber es sind noch einige. Ok, los! Weg zu! Schritt! Acht! Schau, schau! Geh, schau! Schau! Ja, ich bin später. Ja, ich bin schon. Das Gebiet ist nicht mehr gesichert. Wunder so, wenn ihr fertig seid, kann ich die Händler-Kapsel wiederholen. Wie ihr das endlich immer sagt? Diesmal ist niemand gestorben. Ist man aufgefahren? Ja. Was tun wir uns freiwillig opfern, töten die Zets und das ist der Dank dafür? Mein Gott, auf den ich hoffe. Du musst nachladen. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Ja. Mach ich. Ich bin froh, dass es nicht mein Blut ist. Super. Wer möchte Geld? Ich hab hier was schönes. Danke. Eine kluge Geldanlage, Kumpel. Die Zeit ist fast um. Wie? Das war genau richtig. Nicht bewegen, du Idiot. Das tut mir jetzt mal eine Eile. Sorgt für die Sicherheit des Gebietes. Sorry, Kumpel. Kommt mit dir. Oh. Scheiße D, scheiße D. Okay. Ich bin tot. Oh Gott. Das ist Manni. Manni. Du bist du. Hopp. Ich komme. Ach, das ist schon... Super, dass wir kein Geld mehr haben, wenn wir es so weitermachen, gell? Ausgezeichnet, das sind fast alle. Wer hätte das gedacht, dass wir das Gebiet verloren haben? Ich weiß nicht, zeigt er einem an, dass es eigentlich da ist, dass man das Gebiet verteidigen könnte? Du hast der MVP in dieser Runde, wie man so schön sagt. So, jetzt, äh, Entschuldigung, dass ich nichts geredet habe. Da muss ich mich gerade um was kümmern. Na ja. MVP, ich war der MVP. Und im Übrigen, sorry, dass sich leider das Video verschieben wird. Das Kanal-Banner-Update-Video. Grund dafür sind leider technische Störungen, die aufgetaucht sind, vor allem noch. Wurden dauernd die Listen resettet, was halt ätzend ist. Ja, stoppig. Und weil ich heute leider es einfach nicht noch richtig schaffen werde, noch die Listen zu schreiben werde, ist wahrscheinlich, sobald ich Feierabend habe, morgen machen. Und das wird halt leider auch Zeit dauern und sonst würde mein Video erst so fast 20 Uhr kommen. Und ich denke mir, das wäre ein bisschen zu spät für ein Video. Ja. Ich könnte Gebietsschützen. Ja. 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 Super, dass keiner hochkommt, ey. Kein schlechter Anfang. Das war mein Mutzung auf dem Level. Oh. Super weg. people zucapieren. Die Wiederholme inınız geben werde. Weil sie nachher gehören müssen. Du weißt, siehst du immer nach Abasse weg. Das sieht irgendwie an wie Diva. Dieser Schrank ist passend. Gute Arbeit. Wir können die Entlerkapsel bald wieder öffnen. Was ist das? Gedeet ist weiterhin ziemlich sicher. Ein solider Sieg. Du hast das meiste Geld verdient. Ich schätze, du gibst heute einen aus. Ich? Warum soll ich was ausgeben? Ich hab doch nichts. Ich hab die meiste Kuhle. Mausch, hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Okay, warte mal. Was ist denn das da? Das machen wir erst mal, das machen wir erst mal noch. Hm. Kann er die verkaufen? Nächste Runde muss ich das sehen, weil da neben der Mikrobellenwaffe kommt. Oder welche Runde ist denn das jetzt schon? Hallo? Was verkaufst du wieder? Ne, ich hab gesagt, welche Runde das jetzt ist. 6 von 7. Ah. Die Zeit ist fast um. Wiet. Och, Öspöcker. Sorgt für die Sicherheit des Gebietes. Nicht zu machen! 1 3 2 3 3 3 3 Rene. da hinten bist du ja, das coole hier sind voll viele bei mir der lockt sie doch her da hinten so da, da, da ich hab hier da hier 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 Es ist ein Ex. Gebiet gerade noch sicher. Das war ein knapper Sieg. Was ist denn im Gefängnis passiert hier? Es wurde verkannt. Ja, 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 ja. Es wird ein neues Leben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 231 Kills, das wird... uuh... 37.269 Schaden, Geldsäcke, ja gut, ich hab 7.083 Kohle gehabt, Dominator, einen Boss alleine, uuh... Das war der Endboss. Ja. Oh, leck um mir, uuh... Aber die Hasskanone ist cool! Ich hab zwei Waffen, die ich richtig gerne mag, das ist einmal die Brandgraben-Waffe, die Hasskanone. Und du gehst jetzt, oder? Na so, dann würde ich nur sagen, dann war's das für dieses Video, ich hoffe euch hat's gefallen, und... Ja, bis zur nächsten Folge, bye bye! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!